Hallo meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeitag! Willkommen zurück zu American Maggi Scrim. Wir spielen heute die zweite Episode und zwar Little Red Riding Hood oder auch Rotkäppchen genannt in Deutsch. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal rein. Hier's a poser. Wie kann Little Red Riding Hood, eine unbezügliche Kind, mit der Zeit, poor als ihr Judd, escape mutilation von ihrer Konfrontation mit der größten und verraten Kreatur der Küche? Hm? Sie würde natürlich nicht, aber nicht sagen, die Brüder zu sagen. Die Geschichte beginnt mit einem standarden Mutter-Dauchter-Konflikt. Mutter gibt die Mutter detailed Instruktionen und Angelegenheit, Das ist ein Moral, hier? Little Red Riding Hood, take diese Kacke und Wein zu Ihrer Großmutter. Sie ist sehr ill und schrecklich. Nicht aus dem Weg gehen oder sprechen zu jemanden auf der Weg. Mit dem Glück, Mutter. Ich mache das, wie du sagst. Die Küche ist zu viele Tiere. Und nicht alle sind für Pets oder Essen. Was für die Leidenschaft und kuddelige Gehäuser. Ich kann sie alle essen. Guten Morgen, Little Red Riding Hood. Where are you headed this beautiful day? To visit my Grandmaster under the three big oak trees. An excellent destination, my dear. Enjoy your journey. Take your time. What a happy thought. I'll collect a butterfly or two and some flowers. Granny will be grateful. What a credulous ninny. The wolf's already selected Granny for his entree. While she dawdles, he's on his way to the three oaks. Granny loves flowers. I'll pick a few. Oh, she won't even notice if I'm a bit late. Having previously demonstrated the acuity, if not the temperament of a rock, no one should be surprised that Red Riding Hood is outmaneuvered by the wolf when she arrives at a Grandmaster's. Come in, Little Red Riding Hood. And bring the cake and wine. However, did she know what I brought? She sounds as though she's very ill. My granny, I never noticed how big your mouth is. And your grooming. You look nearly wild. Our parents are deceiving, my dear. Sometimes. Her cries for mercy were in vain, of course. Mercy was not in the wolf's nature. Little Red Riding Hood joins her granny in the dark. I've heard of a roofer, too, but this verges on the incredible. All wolves and pythons have more in common than I imagined. Granny? I wonder where you'd got to. I brought cakes and wine. There was a wolf in your bed. What is that smell? Unless I very much miss my guess, my dear. We're in the belly of the beast. Surely not. It stinks worse than our privy. But it's a bit cleaner. That looks like Mrs. Schmidt's arm. Very distinctive tattoo. In perhaps the most far-fetched rescue ever, a lumberjack with an expert sense of lupine anatomy passes by. This worthy naturalist, noting the wolf's belly is dangerously distended, relieves the creature's distress with his scalpel-sharp axe and simultaneously saves both women from the wolf's digestive juices. Well, isn't that amazing? What were you two up to in there, anyway? Very little. It was quite dark. My ears hurt. The wolf gobbled us up. You can't blame a creature for being hungry. I sewed him up and let him go. I'm sure he's learned a lesson. Really? What do you think of that, Grandma? We'll eat the cakes and drink the wine after I take a hot bath. The wolf learned a lesson, all right. They've all got rocks in their heads. What a crock. I mean, what kind of parent sends a child into the woods alone? What child mistakes a savage wolf for her beloved grandma? And nobody dies? If you'd like to add a bit of flavor and spice to this tasteless, if happy meal, play on. Once there was a way to get back home again. But not anymore. A simple stroll in the woods can be a walk on the wild side. Tell me that's not a good thing. I'll say you're wrong. Mother sends Little Red Riding Hood to tend her aged granny and implores the child not to doddle along the way. Isn't that precious? I hate it. Let's fix it. Make it stinky. So, meine Lieben. Da sind wir. Das gleiche Spielchen wie im ersten Kapitel. Wir müssen jetzt hier alles verfaulen lassen und dreckig machen. Und wir haben gelernt, mit einer Arschbommel geht das am einfachsten. Kommt, ihr dürft hier nichts sauber machen. Geht weg. Ja, euch kann ich wieder nichts anhaben. Ne. Ihr macht hier wieder alles sauber. Weg mit euch. Das ist ja eklig. Ja, genau. Oh, die Vögel greifen die Menschen an. Ups. Ups. So. Wir wollen ja hier, dass das Märchen nicht gut ausgeht. Also müssen wir alles schön verrotten. Mhm. Na, hört auf, hier alles sauber zu machen. Weg mit euch. Weg. Die explodieren einfach, die Fässer. Okay, wir machen hier alles dreckig. Hört auf mit euren Besen. Kann ich die nicht wegnehmen? Du auch hier. Weg mit dir. Uh, jetzt kommen die Stacheldraht. Hm. Kann doch nicht euer Ernst sein. Hier noch mal rüber. Ich glaube, wir müssen hier wirklich alles dreckig machen. Sonst kommen wir gar nicht so schnell auf unser Ziel. Hm. Hier noch. Ja, jetzt haben wir es. Ich bin mal gespannt, wie hier das Ende dann wird. Weil eigentlich, haben wir ja gerade auch gehört, rettet der Jäger ja Rotkäppchen und die Großmutter, indem er, ja, den Bauch aufschneidet und den Wolf eigentlich am Leben lässt. Aber ich denke, im echten Märchen hat mindestens der Wolf nicht überlebt. So, erstes Kapitel geschafft. Also, erster Abschnitt von dem zweiten Kapitel. Nicht das erste Kapitel. Let's move. Das kriegen wir doch schnell hin, bestimmt. Hier ist gerade niemand, der irgendwas sauber macht. Das ist gut. Außer ihr wahrscheinlich. Ihr macht alles sauber, ne? Das sind aber hässliche Eichhörnchen. Oha, wieder fleischfressende Pflanzen. Cool. Ihr müsst noch... Ah, ja, alle getroffen. Gut. Die bleiben aber nicht lange Stunt, ne? Die fangen ziemlich schnell wieder an, alles sauber zu machen. Das geht hier ja mal nicht. Okay, das haben wir schon mal. So, dann kommen wir da rüber. Oh, da ist wieder eine Münze. Also ein Secret. I need it. I need it. You need it. Höh. Ups. Okay. Das müssen wir noch bedenken. Gut. Die greifen aber nicht nach mir, ne? Die sind einfach nur... Oh Gott. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Oh, wir müssen das jetzt nasty machen. Da sind einfach Augen im Wald. Was hat das für einen Sinn? Das Reh kommt mal weg. Uh, jetzt sieht das was gemeiner aus. Ja. So, gefällt uns das doch, oder? Und ihr könnt das mal alles bitte lassen. Ab wann kann ich die eigentlich auch besiegen, sozusagen? Also die ganzen Wesen, die alles sauber machen. Jetzt? Oh, hier, genau, umändern. So. Jetzt sind sie auch düster. Oh. Das sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Na ja. Soll uns nicht stören. Komm ich da rüber? Nein. Ups. Upsi, pupsi. So, da drüben ist noch alles hell. Ach so, wir müssen eh dann da hin. Und wir sind auch gleich bei Nasty angekommen. Oh, du kannst doch nicht das einfach machen, wenn ich da rüberspringen will. Okay, wir haben es trotzdem geschafft. Hier komm ich nicht durch nicht, schade. Ist hier noch irgendwo ein Secret versteckt? Sieht nicht danach aus. Mich da drüben denn eigentlich lang, oder verschwindet das? Es verschwindet einfach, ne? Ja, aber... Oh, da drüben, da drüben ist ein Secret. Oh, Gott sei Dank haben wir nochmal geguckt. So. Jetzt nur die Frage, wie ich da... Okay, so kommen wir da lang. Ja, wir sind ja schon dabei. Was ist das? Ein Riesenkaninchen. Oh, wir haben alles gefunden. Wie cool. Wie cool, ne? Dann auf ins Nächste. Kriegen wir hin. Jetzt das große Kaninchen. Oh. Na, du? Willst eine Möhre? Aber so eine große Möhre kriege ich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, du magst auch keine Möhren, oder? Du siehst eher aus, als wärst du kein Vegetarier. So. Oh, wie süß die ganzen Bäumchen, was auch immer das ist, aussehen. Die lächeln alle. Die haben alle gute Laune. Immerhin bleibt das auch so. Hier noch schön alles dreckig machen. Ups, ich klemm schon wieder irgendwo. Gut. Und hier noch. Bam. So, wir sind gleich fertig mit V. Nein. Nicht ins Wasser. Wir wollen doch nicht sauber werden. So. Ah, ne. Wir sind noch... Ah, okay. Okay. Wir sind immer noch bei Smelly. Also ganz am Anfang. Ich war gerade verwirrt von der blauen Leiste. und dachte, wir sind schon am Ziel. Aber stimmt, es muss ja alles grün werden. Steckt ihm dann... Oh, ein Messer im Auge. Ups. Sah aus wie eine Nadel. Oh nein, wenn die sauber machen, dann verliere ich hier alles. Könnt ihr mal bitte aufhören? Was macht Rotkäppchen da? Ach, das sammelt Blümchen. Ah. Hier, du kannst Totenkopfblumen sammeln. Uh, so viele Grabsteine. Könnt ihr mal bitte aufhören, alles sauber zu machen? Also wirklich. Ich wette, eure Zimmer räumt ihr nicht so gut auf, wie ihr hier alles aufräumt. Wir sind gleich bei Gross. Cool. Sehr gut. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Wir machen erst mal großflächig und dann gehen wir noch mal zurück zu den Kindern hier, die alles sauber machen. Uh, die wären keine Skelette. Wie süß. So, geschafft. Oh, jetzt wären auch die Bäumchen anders. Aber immerhin lächeln wird es immer noch. Also, die sind immer noch glücklich. So, ist hier irgendwer, der noch was sauber macht? Nee, ne? Also hier nicht. Du bist noch da. So, ihr werdet mal dunkel. Nö, hier ist niemand mehr, ne? Alles vernichtet. Sehr gut. Oder einfach nur schöner gemacht. Wir haben das Secret nicht gefunden. Oh nein. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, wir spielen in der nächsten Folge die, ja, Red Riding Hood zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst mir doch gern ein Like und Kommentar da. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss, meine Lieben. Mua.